Das ist so dumm, dass das funktioniert hat. Der Klop da drei Löcher und der Mann macht dadurch einen Kill. Wir müssen in den vergangenen Tagen das häufigere Mal Quick-Match spielen. Aufgrund von Ubisofts großartigem Sanktionssystem. Für alle, die kein Rainbow spielen nicht wissen, wie das funktioniert, kurz erklärt. Wenn man Ranked oder Unranked spielt und man fliegt aus welchen Gründen auch immer aus dem Match raus oder geht raus, dann hat man die Möglichkeit, diesem Match wieder beizutreten, solange dieses Match halt noch läuft. Wenn man das allerdings nicht mehr tut und dann nicht mehr schafft, kriegt man eine zeitliche Sperre und ist in dieser Zeit nicht in der Lage, Ranked oder Unranked zu spielen. Auch unsere Teammates haben aufgrund diverser Probleme ab und zu diese Sanktion abbekommen und wir haben uns dann gedacht, wir albern ein bisschen in Quick-Match, dann rumspielen da nicht wirklich auf Ernst, trollen da so ein bisschen und das ist so, was bei rumgekommen ist. Viel Spaß beim Angucken. Wir sehen uns. Ich hätte es auch klatschen können. Ja. Oh mein Gott, sein SMG-11-Recoil. Oh mein Gott. So, rein da. Ich habe mal geklärt. So unverdient. Der hat gequittet! Einmal gequittet! WTF, ist das hier gerade los? Hat die so komische Zeit? Keine Ahnung, ich hätte nicht... Ja, wo geht die? Ja, da! Ich hätte nur ein bisschen mehr Zeit gehabt, hätte ich das vielleicht noch klatschen können. Ist noch... Aber er denkt doch, Headshots gibt es nicht. Der Warden... An der ja die Reddinger mal so mit Scheiße sind. Die Recher 2 ist so... Weißt du, dass du völlig immer der war? Nein. Top 4 eliminiert. Deswegen voll sprintet man nicht. Ja. Aber der war ja auch blind, der hätte mich doch da sehen müssen. Oder haben meine weißen Haare so gut getarnt. Die haben einfach gut getarnt. Einfach besser. Einfach camouflage. Tarnung zu overpowered. Please nerf. Alle Kohlekゼ at once! 10 Sekunden Flash. So Trade Bash mening. Lords four last updated. Wir sind endlich wegen ItalienlandfortGames Traum. Dein Messwayer war ein wenig, der bis in M Norden. In dem Kleidwagen Oh ne tatsächlich nicht Ich bin im Kühlschrank Da war es auch Wobei mit der Abfahrt Wer seilt sich denn da runter? Die seilt sich vor dir ab Knife! Knife! Oh mein Gott Oh Gott Oh mein Gott Ich will nicht drüber reden Was war denn jetzt los? Ich hab so gepanickt Ey, ich hab so gepanickt Ey, Jungs Das ist doch hier Schiebung Das war's jetzt alles in der Lage Die wird so vom Clash kaputt Oh mein Gott Er hat sie ja mal mies gefickt Er hat sie mies gefickt Alter Die Kananzen an ihr hängen gefickt Alter halt small Das war das schlechteste was ich je gesehen hab Oh mein Gott Er hat sie heute die Kerne Hä? Was? Jetzt hast du schon mal Christian dein Video Damn, wo ist die fucking Frost? Die spielt auf KD Die spielt auf KD Die spielt auf KD Die spielt auf KD Oh Gott, meine Helmscher mit an Iiiii, PhysX Da war ich dann mit dem Reframe Spammer Spammer Ich dachte, du setzt uns jetzt zum Team Ey, gar nicht Nee, ich weiß nicht warum Ich hab mir das angewöhnt Dass ich beim Reload die ganze Zeit einmal kurz Zweimal Kreis drücke Ich weiß nicht warum, ey Ich weiß nicht warum, ey wie die PhysX, du bist der aberwww Aberür Echt eiter Ey die-Beginiah Da ist so ein Jaquel drin Naja, was denn Lucky Headshot? Also das ist ja wirklich gekonzt. Ich will wirklich streamen auf. Tja! 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 Ich hätt noch gar so gottlos. Ist ja ekelhaft. Warum? Kein Holz vor der Hütte. Aber Tablets vor der Hütte? Eigentlich doch! Jeder hört seinen Ansprüche zu. Das klingt als wenn ich włas haut' ein iPad-Kit knall'n wollte. Du bist so einer, der steckt seine Mini-Stachel in die 3.5mm Klinkelbuchse vor dem iPad. So einer bist du! Wie bist du so verhindert, Quick-Sack? Oh Gott! Oh mein Gott, wie hat IQ das fucking C4 überlebt? Du hast Kai-Uwe abgeknallt, das hält'n wir eigentlich ein. Kai-Uwe! Ich war anscheinend am Outsider-Mendor. Oh mein Gott, unser Doc ist eigentlich immer nützlich. Fingert dead. Hellstead. Ja, stark für 6. Was hat der da gemacht? Guck dir das an. Hä? Der HG-SW-Operator war das. Der hat die ganze Zeit noch nen Engel gehalten. Warum hab ich mit der Samia nicht so gutes AIM gegen die Drohne? Das ist unglaublich. Nevermind, ich hab nix gesagt. Du hast ein erst gutes AIM, wenn du mit der Diegel die Drohne holst. Ich hab grad ne Drohne mit der Diegel geholt. Der Boden rennt ja die ganze Zeit rum. Oh, er steht! Hey! Ich hab' mir auch noch was. Der Kapka tut mir leid. Ich modde grad so. Der wundert sich vor alle seine Feigen. Der bekommt keines. Scheiße. Ah, der geht auf. Ah, schade. War mir lauter. Der war die Frost. Ich hab' mir die Schuute. Der war die Frost. Erstmal melden, Alter. Ah, report griefing. Das ist ein Gerät, der Tumfelschelz. Ha, jah. Ach, der hat sich seit wie bei Milan. Was macht denn der Maverick? Was macht denn der Maverick? Mann, da sieht man doch, dass da noch was ist. Oh, Bauch, oh! Also wirklich, der Typ ist ja so kompetent. Also die haben sich jetzt geschafft zu breachen. Nach 3 Minuten. Maul. Das Video ist jetzt kein Schwein, Alter. Das hab ich mir ja so geklickt. Klitscht denn?